Und da fange ich auch schon an, in einem neuen Let's Play. Gain Monkeys heißt es. Mit mir dabei ist der liebe Kobalt Dominic, Wienem und alles mögliche mittlerweile. Da kannst du dich einfach nicht entscheiden. Dieses Spiel ist eher ein kleineres Partyspiel, was ich einfach mal so geschenkt bekommen habe, mal so zwischendurch, so von Steam. Alter, auf einmal taucht da eine Säge auf. Was? Die da, genau da, wo du gerade vorstehst. Die ist auf einmal aufgetaucht. Auf einmal... Hört... Machen wir mal, hören sie auf, machen wir nicht. Okay, da ist hier irgendwas explodiert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und in dem Spiel geht es darum, man läuft hier mit seinem Äffchen rum und muss diese blauen Dinger einsammeln. Ja, klar, Sniper-Short. Boah, alter Säge. Boah, ich bin gerade voll in die Säge reingelaufen. Und ich bin an meinem Spawn gestorben. Ich hab das Ding abgeliefert, bin gestorben, was? Und ich verliere schon wieder was, weil du, ich glaube, die ganze Zeit ablieferst, oder? Ja. Eins, zwei, drei, so... Ich glaube, bis zu dreimal aufnehmen. Siehst du, mit was ich schon aufge... Sametab oder so. Boah. Deine Ernst, Junge. Und ganz schön blutig. Auf jeden Fall, das Spiel macht irre Laune. Für nebenbei. Für nebenbei, auf jeden Fall. Wir haben es halt einfach mal versucht, weil wir wussten gerade nicht, was wir aufnehmen sollten. Wir wollten irgendwas aufnehmen, aber wussten halt nicht was. Sag ruhig. Alter, genau in die Säge. Boah, das war knapp. Nein, 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 nein. Doch. Alter, wie kommt man da dran? Versuch's nicht mal zu holen. Ja. Okay, warte. 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 Wenn sich das Ding nicht dreht, oder wie? Ja. Ja. Okay. Okay, der andere hat sich auch noch gedreht. Alter, da ist jetzt noch einer aufgetaucht. Das ist schon nicht krass. Ja, wenn man, glaube ich, da stirbt, dann kommt einer. Da ist ja toll. Der fällt da runter. Und ich mach mal den mal. Was war das? Wir liegen auf. Mien. Wir liegen, äh, scheiß viele Mien rum. Alles klar. Wenn die sich nicht dringen, kann man aufsammeln. Das ist natürlich sehr praktisch. Vor allem, wenn hier so ein anderer Affe mal ein bisschen rumspringt. So ein Affe, ey. Ja, wir sind Affen. Heiß ja auch gern Monkeys. Garnmonkeys. Zu deutsch. Ein Gedeutsch hat. Ein Gedeutsch hat. Alter, wieso triffst du mich jetzt schneller, als ich dich? Weil ich gelernt habe, wie man schießt in diesem Spiel. Achso. Oh. So, 20. Oh, klar. Fall da voll rein. Das ist natürlich sehr versinnvoll. So, ich kletterte da mal ganz still. Boah, Alter, in der Luft. Junge. Boah, ich bin gleich weg. Wenn das so weitergeht. Bin ich ratzigei. Das am besten ist halt, wenn man drei aufnimmt. Dann nach Hause geht. Oh, danke, Mine. Dann ging die auf einmal an. Und 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin down. Yo. Ja, dieses Spiel ist einfach unberechenbar. Und ich bin jetzt im Minus mit meinem Geld. Und ich habe 900. Ah, hast du Gott. Warte, warte. Ja, danke. 992 Dollar. WeMatch. 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 Und es gibt natürlich mehrere Karten. Viele, viele. Die einfach random generiert sind. Also, wann welche kommt. Alter, geh weg. Alter. Dein Ernst? Ich habe gerade... Ich habe gerade 1000 auf dich geballert. Okay. Yo. Ich war weg. Und dann explodiert. Wow. Diese ganzen Druckwellen, die machen wir auch irgendwie zu schaffen. Nein. Ich verliere gleich. Äh, Alter, du hast ja noch voll viele Punkte. Stell dir mal einen ab. Ich stehe aber einfach mal. Ja, halt auf, warte. Ich habe gar nicht in deine Richtung geschossen. Es gibt ja sogar die Atomraketen, ne? Es gibt ja alles. Es ist mega krass, das Spiel. Und sogar Fähigkeiten, da kriegst du... Da ist irgendwie besser... Äh, kannst du besser zielen mit der Waffe, machst du mehr Schaden oder sowas. Oder schalte es sogar waffenfrei, wenn ich mich nicht irre. Ja, halt, äh, vor allem, man kann auch ein bisschen bestimmen, was bei diesen Kisten kommt, die Covid gerade angesammelt hat. Man kann halt, ähm, halt, verhäuft zum Beispiel eine Sniper oder so. Ich habe gerade eine Sniper gehabt. Ja, ich weiß. Deswegen, äh, fällt mir das auch gerade ein. Boah, Alter, dieser... Dieser Sound ist einfach krass. Oh, ich glaube, jetzt habe ich gerade vorhin das Mikro wartet. Magnetisch? Was? Oh, ne, jetzt zieh sie mich an. Ne, die Punkte. Oh, ne, komm. Das ist doch gemein. Nein, 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 nein. Los, Punkte. Kommt zu mir. alter jetzt kämpfst du an meinem spawn oder die lagen gerade so unten nein okay das war jetzt ein bisschen mies aber nur ein bisschen ja nur ein ganz bisschen alter verlier mal dann bekomme ich voll viel geld ich habe keine waffen mehr ja no arms du hast keine waffen mehr habe ich gerade eingesammelt und das so ganz praktisch ich habe in der waffe ein aber ich bekomme sie nicht oder wie ich habe trotzdem ein was wir nie abhauen das ist das spiel ist einfach irre aber man muss auch einfach mit der linken hand spielen mache ich zumindest zwei und schießen und laufeln und sicher und lehrtaste springen alter okay ich verliere zu hoher vorsprung auf jeden fall verlierst du will ich doch mal mein aber bei diesem spiel ist alles möglich du kannst jetzt auch noch super schnell aufholen eigentlich ja danke schön an meinem spawn alter wie viele hier rumliegen schon auf dem boden das ist die mich entweder verstehe die baller drauf und ich lauf rum ja auch toll aus ab an und zwar nicht der ernst alter so war heißt alter ich und ich war so dumm ich bin nicht vorher meine bessere gang guck mal guck mal wie schnell jetzt aufholst guck dir das man das richtig krass ja komm deine min haben wir überhaupt nichts gebracht das spiel ist doch ganz knapp vorbei wer es schreibt dich dann mich nicht mich ich bin nicht auf beschäftigt aber herzlichen glückwunsch ist ja ein traum boah alter scheimklasse ich hoffe doch es ruft jetzt keiner an boah komm schreib mich nicht an ich bin grad beschäftigt wahrscheinlich killer keks oder ich weiß es nicht könnte auch wer anders sein killer keks hat schon längst angerufen komm der ist ja eiskalt boah alter guck mal guck mal ich bin gleich down guck das mal an ja danke geh weg geh weg geh weg yes was 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 ja was schneller geschossen ok eine runde noch eine runde noch eine runde noch nur um meine ehre zu retten also dieses spiel kann man leider nur 2 gegen 2 spielen zu mehreren wäre das auch glaube ich zu krass naja ich weiß nicht vielleicht gibt es ja auch so viel aber ich meine es ist so groß und nur zu zweit werden ein bisschen komisch war so groß ist jetzt auch nicht ja aber werke genügt und für mehrere alter ist mit die 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 halle was ha 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 ja kannst mal kurz aufhören oh oh m m m m m ha 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 die hat jetzt so reingehauen neun kettensäge boah Mine weil wir alles immer slow motion geht wenn so eine Expression ist boah das ist mega krass alter ich bin jetzt gleich schon down alter ich hab noch kein überhaupt kein Mann die verdient gerade ba-bum-bum pfff slow motion das ist natürlich sehr praktisch slow motion hier gerade alter danke spott genau dann wenn ich da ja schulen will also die genau dann an wenn ich mehr schulen will oh doppel jump hat grad voll gut gepasst lol da war wohl what hätten ich sehe es einfach nicht voller Blut ne ne das geht überhaupt nicht klar aber eigentlich hätte ich mich ja im ganzen Blut tarnen ne ich bin rot das stimmt eigentlich achso ich dachte schon du wärst weg oh ich hätte mich ich hätte das so gefeiert warte mal warte mal kurz warte mal warte mal warte mal warte mal ich will das eben nach hause bringen danke ich auch ich auch so ich mach hier schon äh action geräusche lol da war eine Mine drunter deswegen hab ich mir das nicht geholt aber geil dass du es dir jetzt gehört hast äh dich du bist auch mit drauf gegangen oder nein ich lauf mir doch noch rum alles easy Alter sie in den Schild ne aber wieso bist du dich da umgegangen ich hab die ganze Zeit auf dich geh ja ich bin ein bisschen ausgewichen ne ja ein bisschen du standst die ganze Zeit vor meinem Korn ey vor deinem Korn what the fuck ach geht doch nicht du bleibst ja verstehbar das drauf und ich war war wo ich auch machen ja das ist weil du die ganze Zeit in Danie in eine diente rennt und wenn du rennstieß mich hat nicht so gut meins die oud du 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 , altak 가지고 für die richtig krass ich hatte die treppe hochgegangen bin dazu sehen müssen ist sie fremd auf meinem schennen Danke, dass du so schön Basecams Ja, ja, ja Geh mal nach Hause Nein, nein, schaffst du nicht, krieg's nicht Ach man Ah, Kettensäger Vorher gelaufen Oh nein, das ist so mies So Ich baller hier die ganze Zeit auf die Leertaste Ich glaub, das hat man sogar in der Aufnahme Weil die so mega laut ist Scheiß Tastatur einfach nur Oh Das sind Verfolgungsraketen Die sind richtig krass Alter, Alter Wow, wow Hau rein, ne Alter, drei auf, einfach genau hinter mir Es gibt Waffen, die ich auch nur nicht kenne Das ist ja richtig geil Jo, wahrscheinlich Jetzt krieg ich wieder 300 Hm, 1500 Na gerne doch Scheiß Spiel So geil So geil Wir machen dann hier einen kleinen Aufnahmeshop Also ich, äh, Cobalt nehmt ja zurzeit nicht auf Ja Ich hoffe, das Spiel gefällt euch Also, ich find's super witzig Es macht irre Laune Schreibt mir in die Kommentare Was euch gefällt, was euch nicht gefällt Dieses ewige Schwafel Ihr könnt's euch eigentlich, äh Irgendwann mach ich mein Video, wo ich dann nur das sage Und dann könnt ihr euch das die ganze Zeit angucken Ja, alles klar Bis demnächst, ciao, ciao